hallo freunde willkommen zurück auf dem dreisteinhof ich wünsche euch ein frohes gesundes neues jahr und ja es geht wieder weiter in der alten manier so wie wir bei der letzten folge aufgehört haben nämlich auf der wiese nummer 16 mit unserem restgras jetzt gerade auf dem weg zur bga und dort müssen wir dann gleich erstmal nach dem abplanen dieses malheur was er in der letzten folge sich gezeigt hat beseitigen und dann müssen wir mal gucken wie wir den hier am geschicktesten einsetzen ich denke wir können dann auf der wiese nummer 14 wir können übrigens diesen kurs hier mal löschen aber komme ich jetzt gar nicht dran da ist auch egal suchen wir uns gleich einfach ein auto oder wir warten bis er an der bga ist und dann löschen wir den kurs einfach ich habe auch ihr seht es oben rechts einfach mal ein bisschen an der uhr gedreht wir wollen den kurs den kurs den tag hier mal ein bisschen schneller beenden ja ich weiß jetzt geht natürlich der betriebsstundenzähler hoch aber wir wollen ja auch schließlich fertig werden der neue tag wartet doch schon und es wird ja jetzt auch nur noch auf den mais gewartet ein bisschen gras gemäht da ist das alles halb so wild ist kein regen angesagt ich glaube auch ach das geht jetzt nicht ne ja die autos stehen immer noch super warum auch immer keine ahnung ja und ihr seht es hier dieses malheur müssen wir gleich erstmal beseitigen das geht so nicht hier wird alles hier rein ne 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 was auch immer du da angerichtet hast das war nicht gut und wir werden gleich übernehmen wenn der ladewagen leer ist so jetzt bin ich ja mal gespannt hier ne boah der gibt ja vollgas beim durchfahren ja kein wunder na so wird das nix hier zieht er denn da so durch das ist ja jetzt doof na komm mach die letze sind auch noch raus naja gut dann halt nicht wir wollen jetzt mal ist natürlich auch ganz gut dass der verkehr jetzt nicht rollt ne macht es uns ein bisschen einfacher wir drehen jetzt hier nämlich mal so und dann kannst du hergehen mal dein pickup runter machen und dann sammeln wir mal ein bisschen gras auf so viel ist es ja gar nicht ne was er hier hat liegen lassen aber einmal müssen wir diese kurverei noch machen was war denn da übern habt ihr das gesehen guck mal hier was ist das denn seht ihr das und das da rechts neben dem traktor ist ja lustig da krieg ist es gut 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 naja ein bisschen sauerei am ende vom silo stört uns jetzt auch erstmal nicht boah was mach ich denn hier jetzt hat er sich festgefahren ich raste aus nein im ernst jetzt wie hab ich das denn jetzt gemacht naja gut komm so ein bisschen gewalt dann geht schon nicht da wieder rein nein aber jetzt läuft es besser alles klar hier guck mal und er wartet da hinten brav das ist auch gut dann kippen wir das ganze einfach hier vorne gleich am eingang ab und noch mal komm jawoll komm den einwähler nicht rauskippen ne ne keine chance macht auch nix egal wir fahren jetzt zum also das mit dem verkehr ist ein kuriosum hier ne also das mit dem verkehr ist ein kuriosum hier ne wir können mal das ausmachen da hinten fuhr gerade einer wo der her kam weiß der geier dann verschwand er jetzt fährt er weiter so wir fahren hier rein nämlich so boah meine güte ich fahr mir aber auch eine naht zusammen hier zack fängt er mit und dann schnappen wir uns hier den Schwader und fahren schon mal los so du darfst 9 meter 14 südwesten richtung osten zack und dann und dann müssen wir dich speichern feld 14 äh achso das kann weg wiese 14 man bleibt bestehen und dann bist du w14 oh besser zack das ist unser sammelkurs dann nachher auch so am ersten wegpunkt nanu na was ist denn los mach doch mal was was ist denn das hier für eine arbeitsabwehrhaltung ok äh 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 irgendwas verpasst du sollst schwadern interessant und es passiert nichts äh müssen wir uns das gleich mal angucken und du drehst dich hier fleißig im kreis und wartest auf was eigentlich fertig ne naja so gut wie so dann fahr mal weiter was ist denn nun los äh was ich glaube irgendwas läuft hier gerade wieder schief ich glaube das wird eine kurze Folge für heute ich werde nämlich dann hier mal schnell ja selber mähen hilft ja nix aber irgendwas läuft hier gerade wieder ganz extrem schief ah ich habe eine Vermutung wenn ich diesen entlasse wird er dann weiter nö macht er auch nicht machen wir es einfach nochmal machen wir es einfach nochmal nö keine Chance naja gut Freunde dann werde ich mir mal eine neue Version von Cosplay besorgen ähm ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei euch fürs zuschauen sorry dass das halt ein bisschen kürzer wird heute aber äh es ist ja für einen guten Zweck wie ihr wisst ja ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder habt eine schöne Zeit macht es gut ciao ciao und 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 Vielen Dank.